Bitte mach weiter Videos aufs Drache offiziell. Das liegt nicht an mir, sondern an euch, Leute. Guten Abend, warum ist es in so eine Zeit? Weil ich es früher nicht geschafft habe, heute. Ich habe heute den ganzen Tag, ich habe um halb halb zwei, glaube ich war es. Ich habe seit halb zwei heute aufgenommen. Meine Haare sind nicht meine Einstellung. Habe ich den ganzen Tag sonst nichts gegessen. Was habe ich denn zum Frühstück gegessen? Zum Frühstück habe ich ein Gulasch gegessen. Ja und das war es eigentlich, mir habe ich den ganzen Nacht nicht gegessen. Fünf Jahre lang versuch dir nur die Scheiße rauszusetzen. Hät sich von den Metal, du hast keine Ahnung was Metal wirklich bedeutet, du hast keine Ahnung von der Kultur, du hast keine Ahnung wie die Kultur sich verhält. Und du hast Hilfe! Hier ein Sofakissen. Hilfe! Warum hast du Mr.Smith geblockt? Weil ich mich nicht von Leuten dumm anmachen lasse. Wenn er mich hier dumm von der Seite anmachen will, dann kann er das auch gerne woanders machen. Das braucht nicht hier im Stream sein. Wenn du mich dumm anlaberst, dann war es die Sache für mich. Wollte er nicht? Wollte er nicht? Junge, halt die Gorschen, wenn du keine Ahnung hast. Ich check durchaus, wenn er mich dumm anmacht. Was war denn das gerade? Moin, du siehst aber nicht so fit aus. Ja alter, nimm mal von halb 2 bis 8 Uhr abends auf und mach nur eine halbe Stunde Pause. Dann geht es direkt in den Livestream, 10 Minuten später. Dann geht es direkt in den Livestream weiter. Dann geht es, so nochmal blockieren, so nochmal ist geblockt. Dann geht es von der Aufnahmesession direkt in den Livestream über. Vom Livestream über geht es dann, da wird er aufgenommen auch nochmal, 2 Stunden, 3 Stunden. Und vom Livestream aus eine halbe Stunde Pause, mal was essen. Das zweite Mal erst den ganzen Tag und dann gehe ich direkt hier auf YouNow nochmal für 1-2 Stunden. Dann können wir weiterreden und nebenbei render ich am Laptop dauernd und mach hier dauernd was. Wenn ich nicht am Rendern bin, dann bin ich am Hochladen, wenn ich nicht am Streaming bin. Also ja. Okay, jetzt muss ich schon mal ein wenig ernster werden, pass mal auf. Tja, aber Gronkh, was das Aufnehmen angeht, kommt nicht an mich ran, kannst du vergessen. Keine Chance. Was die Massenproduktion im Moment angeht, bin ich momentan bestimmt einer der Größten, bin also einer der vordersten. Heute, warte mal, sagen wir mal 2, nur damit es einfacher ist, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quatsch. 8. Warte. Es sind 6 Stunden. Dazu kommen 3 Stunden Livestream auf Twitch, wo ich auch aufgenommen habe, dazu kommen jetzt 2 Stunden auf YouNow. Das sind bei mir nach meiner Rechnung etwa 11 Stunden. So. Dann kommt, dann morgen, nebenbei bin ich am Rendern, dann morgen geht es direkt nach dem Aufstehen an den Computer, weiter rendern, weiter hochladen. Dann werde ich auf, dann werde ich Brutal Legend fertig aufnehmen. Es sind noch 2 Sessions, also noch, sagen wir mal 40 Minuten, vielleicht eine Stunde. So, dann werde ich erst mal frühstücken, denke ich mal, weil ich will das morgen fertig kriegen, ich will das durchknallen. Vielleicht mache ich das sogar heute Abend noch mal schauen. Ähm, dann will ich, dann ist Brutal Legend abgeschlossen, dann will ich Halo abschließen. Äh, das heißt, ich werde dann in den Livestream gehen nach dem Essen und werde dann Livestreamen und werde dann Halo auch nochmal, sagen wir mal, 3 Stunden aufnehmen. Bzw. Ich muss jetzt erstmal schauen, ob ich Halo überhaupt aufnehmen kann, weil ich momentan gucken muss. Äh, ich will nämlich, äh, Halo aufnehmen. Ich habe vorhin festgestellt, dass mein Computer, zumindest der Rechner, den ich jetzt gerade aufnehme, dass die Datei, die der OBS Studio benutzt zum Aufnehmen anscheinend nicht rafft. Also jetzt muss ich gucken, ob ich die überhaupt verwenden kann. Wenn nicht, muss ich die, äh, anders aufnehmen. Das heißt, ich muss das Ganze, was ich heute aufgenommen habe, die 3 Stunden, sind eigentlich für den Arsch gewesen, ich muss das Ganze nochmal machen. Ähm, das ist dann das Nächste, das muss ich auch schaffen, dass ich das bis... Dankeschön für das Teil da, was auch immer das ist. Äh, das muss ich auch noch auf 100% knallen. Da habe ich gestern bis 4.30 Uhr in der Nacht, habe ich dann noch Zelda gezockt gestern, ey. Boah. Momentan komme ich zu gar nichts anderem, ey. Muss man schon von der Seite sehen. Äh, Alter. Ich mache YouTube auch seit 2007. Ich habe im Stream nicht immer Zeit, ständig aufs Handy zu schauen. Das geht auch nicht dauernd. Leute schreiben mich auch den ganzen Tag an, ey, das richtet mich auf. Als hätte ich den ganzen Tag Zeit, ans Handy zu gehen. Ich habe keine Zeit für Freundinnen. Weißt du was? Du hast recht und ich meine Ruhe. Ich bin zwar 27, fast 28 und wir haben Keule höchstens zum Kerl gesagt. Ey, Alter, Keule, geh mal rauchen, geh mal sauchen, geh mal Weiber aufreißen. Und nicht, ey, Keule, komm mal her, ich will da reinschieben. Alter, du bist dein Pfosten, ey. Aber du hast recht und ich meine Ruhe. Drache, kennst du Baby Dave? Ja, und das ist ein riesen Arschloch. Ich sag zu, dass du Schauspieler bist. Klar, Alter, ich bin Clint Eastwood, noch nie davon gehört. Ich habe gerade einen weggesteckt, das ist passiert. Nein, mein mit Baby Dave. Ja, was soll passiert sein? Das ist ein Arschloch, basta. Der sagt Sachen, der will mir bei Sachen helfen und passiert ist nichts. Ich werde auch immer ein Arschloch hoch 10 bleiben, weil alle anderen Wichser sind und weil keiner mir das Wasser reichen kann. Kein Mensch kommt an mich ran und alle sind schwächer als ich. Du Ahnung, wie nötig ich's hab, Alter, ich brauch's den ganzen Tag, man. 24,7. 365 Tage im Jahr. Nein, ich meine, du hast es doch nicht nötig zu beleidigen. Juno unternimmt nichts gegen diese ganzen Wichser da draußen. Und anstatt, dass die mal hergehen würden und diese ganzen Vollpfosten raushauen oder dafür sorgen, dass diese... Welch... Junge, was Junge? Das heißt, Mann, ich bin kein Junge, ich bin ein erwachsener Mann, Alter. Du kennst mich hier, wenn ich komme, um deine Seine zu halten. Ich überlege gerade, ob ich mir einen Bananen-Shake mache. Und ihr blöden Nazi-Wichser, Alter, wenn ihr nichts besseres zu tun habt, als Scheiße zu labern, dann geht bitte selber ins Gas. Anstatt...